Ja meine lieben Freunde, das ist Chilium Floor 2, eine Koop-Action hier, ja, dann werdet ihr noch ein bisschen mehr mitbekommen, aber immer nur, wenn ich das mit meinen Kollegen spiele, damit aufgezeichnet. Das war ein geiler Rennen von der Corsa, wir warten euch auch nochmal auf Mula war das, jo, gut. Das war ein geiler Rennen. So, hat anscheinend jetzt mal länger geladen, ne schneller geladen. Nö, 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 war ziemlich kurz. So, ich bleib beim Unterstützer, weil da will ich erstmal, ab Level 5 kann man hier glaube ich was freischalten. Hm. Wird immer stärker. Der kann ne Tür reparieren. So, äh, ich bin auch bereit, ja. Oh, geil, Alter, ich bin hier im Gebäude drin. Geil. Wie ist das Ehebett, Alter? Oh! Boah, hier muss ich mal raus hier aus dem Puffer, Alter. Ultraflüssig, Alter. 60 Bilder pro Sekunde. Schweißer anlegen. Wie soll ich hier anlegen? Vielleicht mit dem Schweißer. Scheiße, ich will die andere Waffe wieder haben. Du Arschloch. Aus dem Maul, hier. Geil. Das erinnert mich an Zombie-Modus. Oh, vom Leckhoff. Geil. Oh, weg hier. Oh, was ist das denn hier, Alter? Erdnach. Boah. Eine Granate, ich glaube, das ist jetzt gut. Vielleicht eine schöne Kartoffel. Einer rollen. Ey, lass mich los. So, einfach runter hier. Hat Laune, Alter. Ich hab den letzten Treffer gehabt, Alter. Fühlt sich gut an, oder? Wenn niemand stirbt. Wahrscheinlich noch raus hier, vor den Bauernhof, nach draußen. Oh, geil. Der Herr ist meine Zuversicht und meine Burg. Und die Scheune ist ja schläft. Scheune, ja? Für den Truck, einer. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Wir haben noch genug Munition. Ich habe mehr als genug. Ähm, was nehmen wir denn? Oh, erst mal die Kampfrüstung füllen, ja? Das muss sein. Pump-Action. Ähm. Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Die Narvelpistole. Wunderbar. Läuft. Na? Noch ein bisschen was, nee. Geil, geil. Die Narvelpistole hier. Das macht Sinn. Schiff, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Die fette, fette Narvelpistole hier an, Alter. Ich schließe die Kapsel gleich. Oh, wenn du die Gegend schießt, dann fliegen die von der Wand weg, Alter. Hohoho. Das ist doch so ein Ding, um den Bretterpist zu nageln, Alter. Zum Beispiel, ja? Gegner festnageln. Ich werde die gleich mal richtig festnageln, Alter. Ich werde die gleich mal richtig festnageln, Alter. Boah. Schlitzer. Geil. Geer fast. Boah, die Narvelpistole ist gut, Alter. Graveler. Oh, weg hier, weg hier. Die Rähne. Oh, die ist leer geschossen, Alter. Geh erstmal raus hier. Das wird, glaube ich, sicherer. Ausgezeichnet. Das ist fast... Ist egal, wo im Indien ist nirgendwo, ist das so. Ja, aber hier kannst du den auch mal abhauen. Ach, der hat mich voll angesprockt, ey. Oh, der hat mich richtig angesprockt, die Sau, Alter. Alter. Hier ist noch ein Keller rein, hier, wa? Ja. 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 So, wieder alles nachfüllen. Missionen, ja, für die Pumpe. Also, die ist so schnell leer geschossen. Aber die fülle ich trotzdem wieder auf. Ja, ein paar Granaten auch noch. 2 9mm Pistolen hier, das ist noch besser. Das war's. Das war's. Ist klar. Ah, ist ja der 2 hier, hier. Die im wilden Westen, Alter. In der Hand, ey. Aha. Oh, geil, hier mit Schatten und alles im Licht, ey. Das ist jetzt die beste Map, in meinen Augen. Die ist gut gemacht, ne? Die ist gut gemacht, ja. Aber da kannst du auch, äh, glaube ich, noch Maps rein modden. Die Zeit ist um. Das ist unendlich groß. Das tötet mehr Zets. Okay. Keine weiteren Fehler. Wir haben genug geblutet. Wir bluten. Aber ich habe schon Schlimmeres überlebt. Genau wie in der Grundausbildung. Das ist die Sirene, ja? Ja, die Schreier ist ein bisschen übel. Die Sommer gibt eine Errungenschaft, wenn man... Oha! Was, wenn man die Sirene küpst? Ja, wenn du die Sirene vorm Schrein hältst, dann bin ich mir rumgeschossen. Aber die Pistolen sind ja immer richtig schwach, Alter. Die haben wir... Aber weg hier. Oh nein, ich muss auch noch nachladen. In Slow-Mo, Alter. Jetzt reicht's. Ich habe Akro hier, Alter. Boah, es sind so viele Gegner. Alle weg. Wunderbar. Können wir aus dem Maisfeld raus. Das ist eine Original-Trip-Weier-Karte auch, ne? Ist auch sehr gut gemacht. Oha, da stirbt der Bär, Alter. Oha, Alter. Ohohoho. Ei, 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 ei. Weiter so. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wieder öffnen. Nein. Ah. Der hat mich wieder angesprockt, ey. Fertzack. Ah, jetzt siehst du nichts, ne? Jetzt müssen wir nur noch weglaufen. Und die kommen da alle aus dem Haus raus. Ja, ich war ja die ganze Zeit im Haus drin. Ich habe die zurückgehalten. Ja, ich konnte jetzt aber nicht mehr drinbleiben, weil der Bicke hier mit der Stahlung. Boah, hat mich angeratscht. Ja, ja. Das ist die Sirene hier, ja? Ist weg. Ah, ich wurde geheilt. Vielen Dank, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber das kann wohl nur ein Sanitäter. Kann ich wohl gar nicht. Oh, mal, diese fette Slow-Mo, Alter. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Jawoll. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Oh. Du hast das meiste Geld verdient. Ich schätze, du gibst heute einen aus. Wechsle das Magazin. Ich bin Staatsklapp. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug. Alles nachfüllen. Guck mal, du heißt Unterstützer, ne? Ja. Spritre gerade. Er staltet auf Level 5 was frei. Ich bin Level 4, am nächsten Level kriege ich einen Boni. Dann kann ja was Spezielles. So, mehr kann ich nicht. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Oder kann ich noch was kaufen? M4 Kampfschrotflinte. Ah, das ist zu schwer, ja. Na gut, dann lassen wir das so. Sind alle Arme und Beine noch da, wo sie hingehören? Gut, danke. Ach, er tanzt da hinten. Hahaha. Ich wüsste, ich bin ja so. Du hast das Geld verdient. Ach so gibt man Geld. Hahaha. Ich hab die Errungenschaft freigeschaltet. Ja, geil. Zurück in den Kampf, Mesami. Masse auf dem linken, äh, äh, Scheuerkreuz. Äh, recht. Ja, wie gesagt, ich spiel ja nicht mit Pet. Doch, ich spiel alles mit Pet. Ja, cool, als Kommando siehst du sogar einen Lebensfall. Ja. Ja. Unterstand, jetzt überheben die Aufwahl. Oh. Allee. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, 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 ich bin ja. Oh. Oh. Ah. Ah, aber schön viel, äh, die Wege names. Freiheit. Hey. Schnauze! Oh, oh, oh! Oh, ich bin da unten! Kann ich mich mal heilen, Alter? Ich bin da unten, ich hab's jetzt überall... Ah, ich muss mich selbst heilen! Danke, das war knapp, Alter! Kann ich mich nochmal heilen? Oh, nee, die Spritze kommt bald, ich muss erst... Oh, du Beckzer! Lass mich los! Oh, nein! Was ist denn hier los, Alter? Ich muss weg! Boah! Dann noch eine Spritze, dann kann ich wieder ballern, Alter! Dann hab ich wieder aufgefüllt! So... Ah, der heilt mich, ja? Ist ja Immortal! Ja, schon kommst du mit den, Alter! Oh, lass mich los, du! Der wollte wieder schmucken, Alter! Hahaha! Super! Danke! Oh, wer war das denn? Flammenwerfer? Oh, Alter! Keiner weiß! Nee! Oh, wer war das denn? Bip, 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 bip! Ich weiß nicht, wie man die Machete kriegt, aber... Boah, Alter! Sehr schnell, Alter! Großer, Alter! So, das war's! Super! Du bist gestorben! Das kostet dich Geld, weißt du? Na schön, wenn ich Frauen beeindrucken kann! Na schön, wenn ich Frauen beeindrucken kann! Genau! So! Oh, wer gibt's dir Geld? Ich brauche Geld! Danke! Kalaschnikow, ARK12! So, ich muss mal sehen, ich verkauf glaube ich mal die Narrenpistole. Geht das jetzt nicht? Super toll, oder? Aha, Narrenpistole kaufen und dafür nehme ich mir jetzt... Du hast das Geld verdient! Jawoll, Alter, die... Die ist geil, ja! Jawoll! Sieht aus wie ein Spielzeug! Hat aber richtig Wumms! Nicht Wumms! So, meine lieben Freunde, die Folge, das ist ja glaube ich die letzte Welle, denn ich sehe schon mal ein Display! Hab mir viel geboten bekommen! Wie sieht es mit Munition? Wie sieht es mit Munition? Sieht bloß raus hier aus dem Keller, Alter! Boah, ach da ist schon wieder der Pip-Boss! Dr. Hans Folter, Alter! Das ist meine wichtige Arbeit für Gesindel, die euch unterbrechen! Schade, ist nicht der Hans Wurst! Nee! Was ist das hier? Was ist das hier? Weißer Handling! Kann man euch nichts schweißen! Guck ich hier jetzt raus, da! Was? Boah, die Arcade sind lieb! Boah, ist das wie Kampschrotbinder, Alter! Der kann einstecken, Alter! Der kann einstecken, Alter! Der kann einstecken, oder? Der kann einstecken, aber die Das ist nicht der Fall! Der kann einstecken, Alter! Der kann einstecken, auch da! Ich muss genau da nachladen, in der Zeitung! Alles putterweich. Oha, schnell weg hier. Der steppt ja richtig auf. So, ich hab ne Granate. Ah! Hab mich in Ruhe. Oha, sorry, ist das her like down? Nein! Der hat die tot gemacht, Alter. Das ist der stärkste Boss bis jetzt, ey. Oh, nein! Was ist los? Check. Alter. Keine Nade, ey. Ja. Kapitel. So, ich guck mal, ist das Faden vor hier. Eieieieiei, da ist er ja wieder. Nee, das will ich hier nicht. Ich muss weg, ich muss nicht selbst heilen. Oha, weg hier. Lauf! Der hat bezweifelt der Wegeleichter, oder? Nein, oder? Nein, oder? Ah! Ich schmeiß dort eine Granate. Ja, und wie du, das macht man da. Oberboss. Dr. Hans, Alter. Puh, Dr. Hans Wurst, Alter. Abgehauen, oder was? Ha, der hat die Tür zugemacht. Oh! Ich kann mich wieder selbst heilen. Ja, vielen Dank. Ah, der hat den super geheilt, ey. Geil. Er ist gleich down. Ich konnte aber auch was einstecken, Alter. Geil. Jawoll. Oh, drei Errungenschaften. Ne, das lügt. Das fällt. Oh, geil. Na? Ich habe Geld verdient. Wer braucht? Wer will etwas wagen? Wer will etwas wagen? Wer will etwas wagen? Ich habe Geld verdient. Wer will etwas wagen? Auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Geil. Jawoll, meine lieben Freunde. Das war die erste Folge Killing Floor 2. Wenn ihr euch gefallen habt, dann lasst einen Daumen hoch. Schreibt mir das in die Kommentare. Leset mir gerne durch. Alles klar. Bye, bye. Genau. So, das war Level 5. Dann starte ich die nächste Folge. Aber da passt nicht mehr so drauf. Eine kurze Folge passt dann auch drauf. who willierte reunde... ведend externes interesante.